Herzlich Willkommen, schönes Eingeschalten hast, zu Tesso und ich bin gerade mit unserem Flauschigen hier rüber geritten und es ist perfektes Timing, der Anker ist da. Dann schieben wir den noch gleich, würde ich sagen. Und dann müssten wir doch eigentlich, soweit alle Anker jetzt ein kleiner Numbra fertig haben, bin ich der Meinung. Aber gucken wir dann gleich neuf die Karte. Aber das ist ein schöner Zufall. Ich muss gestehen, ich bin einmal komplett erstmal wieder falsch geritten. Da sind wir, glaube ich, im letzten Part schon lang geritten, wo man dann so in den Bergen, sage ich mal, lang reiten kann, auch wenn man nicht rüberkommt. Und ja, war doch ein weiter Weg, aber schön, dass es doch geklappt hat und vielleicht haben wir ja Glück. Momentan ist ja Event in Tesso und wir kriegen eine Kiste, wo was schönes drin sein könnte. Und wenn man Glück hat. So, jetzt muss ich eigentlich gleich. Jetzt geht's los. Gebt euch der Macht von Molag-Bahl. Mal geschuft. Ich bin geduldig, sehr gut, aber nicht so geduldig. Dieser darf den Anker schließen. Mal gucken. Wieder eine Kiste. Nein, da kommen die mal alles mit. Was soll der Geiz? Ja, wir haben jetzt die letzten Anker geschlossen. 3 von 3. Wir haben jetzt hier oben noch eine Himmelscherbe. Ich weiß, es dürfte gar nicht kein Verlies sein. Wobei wir hier unten haben noch eine Handwerkstätte und hier haben noch eine Sehenswürdigkeit und einen Anker. Nee, dann fehlt uns ja noch ein Anker. Und steht hier dann 3 von 3. Vielleicht ein Anzeigefehler. Komisch. Aber weiß ich auch nicht, warum. Bin ich gerade ein bisschen verwirrt, aber gut sei es drum. Ich meine, vielleicht haben wir ja Glück. Und wir kommen rechtzeitig zum nächsten Anker. Ansonsten warten wir einfach ein bisschen. Ich meine, die werden ja recht schnell gespielt. Man könnte jetzt auch eventuell gucken, weil die kriegen eigentlich solche kleinen Kreuzchen angezeigt. Das ist natürlich die Frage, welche wird als nächstes gespielt. Komm, wir probieren uns einfach mal. Wir teleportieren uns mal nach unten. In der Hoffnung, dass wir da rechtzeitig ankommen. Wir haben in der Folge schon mal zwei Anker gespielt. Ich weiß es gar nicht. Ich bin direkt hinter euch, Partner. Vielen Dank. Ich weiß gar nicht, welche vorher gespielt wurde. Der an der Mitte anscheinend nicht. Da könnte man also Glück haben. Seit Bärchen ist leider nicht ihr gerade Flick unterwegs. Und da wir es nicht aufgedeckt haben, kriegt man wahrscheinlich auch nicht die Anzeige, ob der jetzt aktiv ist oder nicht. Die Ruhe vor dem Sturm. Ah, hier kommt ein Spiel lang. Vielleicht weiß der mehr. Wir haben auch keinen Erfolg bekommen irgendwie, dass wir... Ah, da. Perfekt. Ja, perfekt. Hier. Super Timing. Also, das war nicht vorher so geplant. Ich hatte zwar noch im Hinterkopf, dass ich beim letzten Mal gesagt habe, wir müssen noch einen Anker spielen. Und dass ich euch eventuell abholen werde dort. Aber... Da sind sie halt zwei. Dann gucken wir danach, äh, richtig in die Scherbe. Wenn wir sie finden. Und da das ja nur eine Stadt sein soll, dürfte sich jetzt nicht als so schwierig herausstellen. Wer? Ex-Won. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe es immer noch nicht geschafft, unseren kleinen, flauschigen Khajiit mal ein Outfit zu erstellen. Einten, ist ein Schloss offen. Perfekt. Einmal, oder? Ah ja. Vielleicht kriegt man jetzt ja eine Truhe. Habe ich das Mikrofon eigentlich? Ja, das Mikrofon ist eingeschaltet. Ich muss kurz sagen, das wäre jetzt gerade ein bisschen ungünstig. Das ist ungünstig. So. doch ich will nichts schmiedet schneller zusammen als gemeinsame gefahren jetzt vielleicht eine schatzkarte so dann auf ein neues momentan sind ja die teleportkosten ein wenig reduziert deswegen tut das jetzt nicht so weh wenn wir uns hoch teleportieren von daher können wir das gerne mal öfters ineinander machen gucken wir mal wir müssen uns einmal rumtrainen und dann irgendwo steht da eine beschreibung dazu eine stiege über kreuzgrad stadt dann gehen wir mal suchen ich habe ich jetzt hier richtig bin ist das hier eventuell kreuzgrad okay wir müssen hier rein und dann einmal nach oben abbiegen da ist auch irgendwas zu lesen wenn ich es gerade im augenmittel richtig gesehen habe hier kurz gerade entdeckt uralte schriften der tweemer band 1 strich das lösegeld für zarek teil 1 von marabor marabarsul jahlemil stand in ihren garten und las den brief den ihr der diener gebracht hatte der rosenstrauß fiel aus der hand ein moment lang war es als hätten die vögel zu singen aufgehört und eine dunkle wolke den himmel verdeckt ihre sorgsam angelegte zuflucht schienen mit dunkelheit durchflutet zu werden wir haben euren sohn stand in der nachricht wir werden kürze bezüglich des lösigheitskontakt mit euch aufnehmen zarek hat er es also doch nicht bis akun geschafft eine gruppe banditen vermutlich orks oder die verfluchten dunmehr mussten seine gut ausgestattete kutsche gesehen und ihren sohn gefangen genommen haben jahlemil musste sich an einem posten der posten abstützen sie fragte sich ob ihr junge wohl verletzt wurde er war doch nur ein student und niemand die sich gegen bewaffnete männer zur wehr setzen könnten hätten sie sich was hatten sie ihnen vielleicht geschlagen die vorstellung war mehr als das herz einer mutter ertragen konnte sagt bloß sie haben ihre lösegeldform so schnell geschickt rief eine bekannte stimme und das dazugehörige bekannte gesicht blickte durch die hecke es war zarek jahlemil eilte zu ihren sohn und umarmte ihm tränen flossen ihr gesicht hinab was geschehen rief sie ich dachte man hätte dich entführt das hat man auch sagte zarek drei gewaltige nordgriffe meinen wagen auf dem fünf das frimmform pass an brüder so erfuhr ich später mit den namen matthais ulin und koorg du hättest die männer sehen soll mutter keiner von ihnen würde ohne erhebliche mühe durch unsere vordertür passen was geschehen fragte jahlemil erneut hat man dich gerettet ich spielte mir gedanken darauf zu warten aber ich wusste dass sie eine lösegeldforderung schicken würden und wusste dass ich dies schrecklichen sorge versetzen würde also dachte ich daran was mein mentor in arkum mich gelehrt hatte ruhig bleiben die umgeben beobachten und nach einer schwäche des gegners ausschau halten sagte zarek grinsend es dauerte eine weile denn die burschen waren monster und dann als sie voneinander prallen hörten wurde mir plötzlich klar dass die eitelkeit ihre schwäche war was hast du getan sie hatten mich in ihrem lager in den wäldern unweit zeil angekettet auf einer anhöhe von der man einen breiten fluss sehen konnte ich hörte wie einer von ihnen korg der anderen erzählte dass er wohl knapp eine stunde dauern würde den fluss zu durchschwimmen die anderen stimmten ihm zu als ich das wort ergriff ich könnte den fluss in 30 minuten durch den fluss schwimmen und wieder zurück sagte ich unmöglich erwiderte korg ich kann schwimmen als ein halbwüglicher welke wie ihr also und einigten wir uns darauf von der clip zu springen und zur insel in der mitte des flusses und wieder zurück zu schwimmen als wir uns auf den felsen stellten begann korg mich über die feinheiten des schwimmens zu belehren das wichtigste sein gleichmäßige bewegung der arm und beine nur so könnte man die höchste geschwindigkeit erreichen entscheidend sei außerdem dass man erst nach jedem dritten oder vierten zug luft holt um nicht unnötig langsam zu werden man sollte aber selbstverständlich auch nicht weniger atmen damit einem nicht die puste ausgeht ich nickte und stimmte ihm in allen punkten zu dann sprangen wir von der klippe ich schaffte es zur insel und wieder zurück in ein wenig über eine stunde aber ko kehrte nie zurück er hatte sich an den felsen vor der klippe den schädel zerschmettert wir waren die verräterischen wellen formen die auf felsen im wasser hinwiesen sofort aufgefallen deshalb bin ich ein stück weiter rechts gesprungen und dann bist du zu den anderen zurückgekehrt fragte jale mir verblüfft war das denn nicht der zeitpunkt an dem du entkommen bist da schien mir zu riskant erwiderte zarek sie hätten mir mich leicht wieder eingefahren können und ich war nicht versessen darauf für quarks verschwinden die schuld zu bekommen ich sagte ich wüsste nicht was mit ihm passiert sei nach einer suche waren beide dann der meinung dass er das wettschwimmen vermutlich vergessen habe und wohl ans ufer geschwommen sei um jagen zu gehen sie konnten sich nicht vorstellen dass ich etwas mit seinem verschwinden zu tun haben könnte da ich während der ganzen zeit gut sichtbar gewesen war die beiden brüder begann damit ein lager eine felsklippe zu errichten um mir die flucht unmöglich zu machen einer der brüder matthes begann über die art des bodens und die sanfte steigung des feldes in der bucht unter uns sie zu sinnieren er meinte der ort ereignisse sich ideal für ein wettrennen ich gab völlig was ich gab völlige ungewissheit unwissenheit über diesen sport vor und er begann mir enthusiast durch die richtigen techniken für ein rennen zu erklären er schnitt lächerliche krimassen als er mir zeigte wie man durch die nase ein und durch den mund ausatmen müsse er zeigt ihm außerdem wie man die knie beim aufwärts laufen in die richtigen winkel anzuziehen habe und betonte wie wichtig die richtige fußstellung sei am wichtigsten meinte er sei dass der läufer ein aggressiven aber nicht zu anstrengenden laufstil wähle nur so könnte man das rennen gewinnen es spräche nichts dagegen während das rennen zurückzuliegen solange man seine kraftreserve für den schlusssport aufspare ich war ein gelehriger schüler und matthais meinte dass wir vor einbruch der nacht ein kleines wettrennen am rande der bucht machen sollten ulil trug uns auf auf unseren rückweg feuerholz mitzubringen wir starteten auf dem weg der die klippen säumte ich folgte seinem rat beim atem laufstil und fußstellung aber ich rannte vom anfang an mit voller kraft trotz seiner längeren beine lag ich ein paar schritte vor ihm als wir um die erste ecke bogen da seine augen auf meinen rücken gerichtet waren konnte matthais nicht die ranke im felsen übersehen über die ich sprang erstürzte und fiel von den klippen noch bevor er schreien konnte ich wartete eine minuten um wieder zum atem zu kommen und kehrte dann zu ulil ins lager zurück wie geht die geschichte weiter sieht man doch irgendwie noch was ich hoffe doch das kommt ja sehr interessant aha ein unheilsbrut wir gehen erstmal kurz hoch und holen uns die himmelscherbe bevor wir hier und quest technisch einmal noch weiter durchhangeln bin ich jetzt richtig hier das war ja eine interessante geschichte ich möchte gerne wissen wie die es weitergeht dieses pferd steht nicht zum verkauf also fragt gar nicht erst ich dachte hier kann ich mein flaschiges bärchen vielleicht skillen ist das keinen stallung komisch muss denn die himmelscherbe bin ich jetzt bin ich richtig okay darum hat gekämpft also schon mal andere spieler da hinten und da unten ist noch was zu lesen ok und krähen banditen so dann haben wir gleich noch das buch und dann gucken wir mal was hier in kreuzgrad genau noch auf quest auf uns warten bzw was dafür ein interessantes buch ist je nachdem wie viele seiten sind werden wir das einmal zusammen uns durchlesen wenn es dann mehr ist wehklagen aus der tiefe das geht den ganzen tag in finsteren stollen schwingt eure pickel wie sie es wollen der klang von metall auf feinsten stein wir arbeiten hart vor allem allein den ganzen tag schuften unter unten im dunkeln hoffentlich wird es beim nächsten schlag funkeln ein armer mann träumt vom goldenen erz unser vorarbeiter brüllt schneller sonst fresse ich dein herz ich grabe und grabe und bete zu der nacht dass kein graben mich erwartet unter des berges brach ich bin ein bergmann ich kenne keine schonung unser blut schweiß und tränen sind keine entlohnung naja ein kleines gedicht beziehungsweise nur ein rhyme so wenn ich das richtig gesehen habe sind sogar zwei quests hier drin schauen wir mal also hier kämpft sich irgendwo ein nekromant durch den will ich natürlich nicht anschließen hier der tötet hier unschuldige urack der gütige bisher haben mich diese rot krähen in ruhe gelassen die meisten leute lassen mich in ruhe das ist mir auch ganz recht so was ist hier dagegen geschehen die rot krähen haben die stadt übernommen sie haben alle überrumpelt ich kümmere mich um meine angelegenheiten und hoffe dass sie einfach wieder verschwinden das waren die banditen da oben okay okay ich liebe diese musik colvin errat warum tut niemand etwas wir können nicht zulassen dass diese rot krähen mit uns machen was sie wollen ihr solltet in kreuzgrad aufpassen was ihr tut im ort wimmelt es nur so von den schlägern der rot krähen natürlich sind wir um jede hilfe froh redet mit tamien im gasthaus wenn ihr uns unterstützen wollt es gibt ergang kreuzgrad das könnte man sagen die rot krähen banditen haben entschieden unsere stadt zu ihrem hauptquartier machen zu wollen jeden der ihnen in den weg kommt bedrohen sie oder bringen ihn sogar um wir werden dem ein ende machen tamien sellan organisiert eine widerstandsgruppe sind die rot krähen denn nicht nur gewöhnliche banditen vielleicht aber sie haben die ganze stadt übernommen wenn ihr euch zum helfen entschließt dann sprecht mit tamien sellan ihr könnt ihn im gasthaus finden tut nur nichts um aufmerksamkeit auf euch zu ziehen und die rot krähen sollten euch ungestört umherstreifen lassen ich werde nach tamien sellan suchen sonst noch mit ihr reden maria maria murik ich denke dass tamien sellan recht hat wir müssen zurückschlagen und diesen rot krähen zeigen dass sie nicht einfach ein marschieren und die stadt übernehmen können gut das sind die banditen wir halten ein bisschen die augen offen nach was zu lesen ja noch was brief an ando ando gelvis hat mir gehörig die uhren abgekaut keine ahnung wohin ihr verschwunden seid aber ihr solltet hier sein und seine tirade mit mir zusammen ertragen er sagt dass wir es mit den dorfbewohnern ein wenig ruhiger angehen lassen sollen wir sollen sie ein paar tage in ruhe lassen damit sie weniger angst vor uns haben in anschluss statuieren wir alle paar tage ein exempel seiner meinung nach würde würden sie das mehr einschüchtern als wenn wir sie einfach nur jedes mal vermöbeln wenn sie uns schief ansehen er sagt außerdem dass wir alle besucher der stadt im auge behalten sie aber nicht aufhalten sollen die stadt ist immer noch immer für geschäfte geöffnet und wir sollen dafür sorgen dass wir von diesen geschäften profitieren händler und dergleichen die durch die stadt kommen sollen nach wie vor nach lust und laune kaufen und verkaufen können wahrscheinlich erheben wir eine steuer wenn in gelvis der ansicht ist dass wir hier alles fest im griff haben und gäbe es hat den bürgermeister erschlagen hat wohl die beherrschung verloren nehme ich an ihr schuldet mir eine bier oder zwei dafür dass ich euch den rücken gedeckt habe okay wir sonst noch ein bisschen hinterkopf behalten wir wir haben hier rana 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 und sami ist okay sagt es niemanden aber ich habe gehört dass wir einen widerstand organisieren okay diese versiegelt seine ich bin fast dabei eine dieser rotkrähen zu schnappen und wie mache ich etwas vor ich bin kein krieger ich habe immer nur in kreuzgrad gelebt vielleicht ist das zeit weiter zu ziehen vielleicht aber noch ist hier nicht alles verloren wo sollen wir denn hin matilde kittrick so kann es nicht weitergehen die rotkrähen können kreuzgrad nicht übernehmen das ist einfach nicht richtig das stimmt entschuldigung dass ich unterbrochen habe habe ich zu früh weg geklickt das gasthaus hier das gasthaus von kreuzgrad ein bisschen leer hier für ein gasthaus auf jeden fall wir können mal ein bisschen runter gucken ob wir noch irgendwie ein riesiges lager aber auf den ersten blick nichts verdächtiges verschlossene tür im keller vielleicht ein hinweis mal gucken vielleicht haben wir irgendwie eine quest wo man das damit im hinterkopf behalten können denn können können könnten würde ich sagen hier ist ja überhaupt nichts los smoke der eintopf meister der letzte kerl der witze über meine kochkünste gerissen hat trug am ende einen kessel eintopf als hut das nur am rande vielen dank für den hinweis es ist zeit etwas zu unternehmen ich habe die nase voll von diesen rotkrähen hallo guten tag allen allen der alchemist ihr seid zu einer günstigen zeit im kreuzgrad eingetroffen ich bin hierher gekommen um die einwohner auf anzeichen von lykantropie zu untersuchen und habe festgestellt dass die stadt von banditen beherrscht wird was macht ihr hier da wir nun ein heilmittel für faul schussstrang der lykantropie besitzen haben general mandin und ich entschieden dass wir glänumbra nach überbleibseln des fluchs absuchen werden wir werden ihn ausmerzen wie läuft das bisher langsam und gefährlich ich hoffe man den hat mehr glück als ich die rotkrähen sind ein richtiges ärgernis je mehr wir von ihnen unter die erde bringen desto besser gucken wir mal das so leicht wird es kann so schlimm laufen wie es will die leute wollen immer etwas zu trinken traurig aber war und für mich läuft das geschäft immer gut müssen wir hoch sagt es niemanden aber ich habe gehört dass wir einen widerstand organisieren ist das schon der zweite das erzählt okay ich bin gleich da moment gucken wir uns einmal um mein ehemann hat sich diesen schlägern gestellt und jetzt schuftet er als sklave in der mine ich kann nur hoffen dass er bald freigelassen wird und ich werde in der zwischenzeit dafür sorgen dass die rotkrähen nicht unser gasthaus zerstören vielleicht haben wir ja glück können ihn befreien kreuzgrad hat schon zuvor schwere zeiten erlebt wir überleben das schon das haben wir bis jetzt immer geschafft schon viele räume hier ich wurde auch schon sehr viel geplündert so wie das aussieht aber sonst buch oder brieftechnisch sehe ich jetzt hier auf den ersten blick erstmal nix aber wir gucken trotzdem mal ganz hoch kann ja immer mal irgendwas verstecktes hier sein das ist jetzt nicht zum klauen aber gut ich kann jetzt noch die bücherregale wahrscheinlich einmal durchklicken das könnten wir ja mal machen dass wir die eventuell dass wir noch was neues lesen aber war jetzt wohl nix dabei ein stab viele stäbe nicht schlecht so da ist er doch Tamien Selan ich bereue den tag an dem ich mich jemals mit diesen bastarden von rotkrähen eingelassen habe bei den acht damit ist jetzt schluss ich bin hier um die widerstand zu helfen wir könnten eure hilfe gebrauchen diese verdammten rotkrähen sie haben meine stadt vernichtet und nun versuchen sie auch noch kreuzgrad zu übernehmen ich habe einen eid geleistet ich werde meine rache bekommen ich werde die leute von kreuzgrad dazu bringen sich ihre stadt zurück zu erobern was soll die so tun die leute der stadt haben angst wenn sie aufbegehren enden sie als sklaven in der mine oder es ergeht ihnen noch schlimmer wir brauchen die unterstützung der stadtrats die wenigen ratsherren die noch nicht in die mine verschleppt wurden müssen den leuten zeigen wie man sich diesen hundesöhnen widersetzt ich werde mit den ratsherren reden wir brauchen die unterstützung der stadtrats ohne ihn werden sich die stadtbewohner niemals trauen zurück zu schlagen darf ich ein paar fragen stellen natürlich ich werde beantworten was ich kann ähm wir fangen einmal unten an wie stehen die dinge jetzt in adlersbach könnt ihr euch das nicht denken es lastet mir auf der seele deshalb habe ich den weg nach kreuzgrad auf mich genommen ich glaube ich kann den leuten hier helfen mit welchen ratsherren soll ich dieser sprechen die bekanntesten der verbliebenen ratsherren sind virgile donella und theodore sucht nach ihnen in der stadt und überzeugt sie dass sie uns helfen sonst sind wir erledigt bevor wir überhaupt angefangen haben irgendeine idee wer das sagen bei diesen banditen hat sternes gelves er ist die wahre bedrohung ohne ihn sind die rotkrähen nur ein loser haufen von beutelschneidern und taschendieben es war seine idee kreuzgrad zu übernehmen er baut sich hier ein richtiges reich auf ja ja von denen haben wir ja im brief das letzte mal gelesen jetzt haben wir einen trommelt den stadtrat von kreuzgrad zusammen spricht mit ratsherin donella mit ratsher virgil und theodore ist da noch eine andere quest guck mal runter aber da würde ich sagen jemand muss diesen rotkrähen schurken die stirn bieten mit ihm können wir uns ja nochmal unterhalten das hat mich gerade verwundert dass gerade nicht diese questmarker da ist marent ergend habt ihr euch mit tamien sellan getroffen er hat die richtige idee zeit diese stadt zurück zu erobern was habt ihr vor die vollstrecker der rotkrähen haben uns bei jeder gelegenheit bedroht erpresst und geschlagen sie behaupten das wäre zu unserem eigenen schutz aber eigentlich wollen sie nur unser gold nicht mal bei ihren diebstählen sind sie ehrlich ich glaube es ist zeit sich zu wehren dieser kann helfen genau das wollte ich hören wenn ihr euch diesen gierigen bastarden entgegenstellt wird das dem rest der stadt zeigen dass wir uns kreuzgrad zurückholen können dieser kümmert sich um diese vollstrecker mit der faust ball gelvis und seine rotkrähen sind schlimmer als eine seuche sie sind schlimmer als die daedra in wirklichkeit sind sie schlimmer als eine daedra seuche er ist richtig wütend ne aber wir versuchen ihn natürlich bestmöglichst oder beziehungsweise allen zu helfen da sieht man auch da hinten da wird schon jemand ah hier helft den transalierten bürgern von kreuzgrad hinweis helft ja okay alles klar 0 von 4 deswegen hat er vorhin der eine spieler da okay aber gut dann machen wir erstmal hier einen cut würde ich sorgen sind ja wieder jetzt mittendrin statt nur dabei aber bevor ich jetzt hier die questreihe dann mit euch weiter genießen darf beziehungsweise sind ja dann zwei quest sind ein werde ich gleich erst mal ein schluck trinken gleich noch mal die nächste folge aufnehmen weil ich bin gerade mega gespannt wie es hier weiter geht und ich hoffe heute hat der part spaß gemacht und ja freue mich auf euer feedback auf eure kommentare lasst mir gerne einen kommentar da ein abo da ein däumchen nach oben ich freue mich riesig drüber und dann wünsche ich euch einen schönen montag morgen abend wenn man die video schaut und sage bis zum nächsten mal haut rein dann